Ich habe einmal erzählt, dass in Petscheburg ein größer, der grüßte Geheißen Trani, der Schmuel Michael Trani, der Gehafte-Turm mit Zorren am Luche. Und dann haben wir gesehen, was das Beteber rechnet, am Süder und nach Hussdorf noch am Oreschchirinig. Wir haben eine Medaille, dass alle seine Lewuschien, mit allen Knäppel auf dem Norden, und jeder Knäppel hat einen Lächel, zu welchem er das Massim gewährt. Am Morgen kommen wir zu vorne hin zu Michael Bliner. Michael Bliner, Michael, der hat sich gehandelt wegen der Prise, wegen der Pfarrer in der Boche von Aginien, weil sie da besser sitzen und lernen Tere. Aber wir haben die Trani nicht gehabt in Brehe, weil sie mit dem Zug hin zu einem dort Aporis, was sie konnte in den Rufthand durchgehen, die konnten durch den Hebt-Gas von Petyrburg, von Leningrad. Michael Bliner in Petyrburg ist egal, dass sie egal in Lubavisch. Und als ich, wie sie gewöhnt, habe ich es waren da, und ich habe mich nicht gewöhnt, wie steht in Schulchanorik, wo wir waren da, und ich habe die Achonel gesehen, bemenge ich die Knäppel mit den Lächeln, aber nicht Massim gewöhnt. Was ihm sagt, dass der Trani, Reb Michael, als ich, wie wir gehen auf Neske Prospekt, hat sie gewöhnt, die Gase. Er ist ja wohl hier verspielt. Also ich bin hier mit Asiris, weil es mir geht, dass alle nicht eropfern. Gitarra sei, habe ich nicht mehr gehört, wie ich mich nicht mehr. Wo ist er gleich?